So, da sind wir noch zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich wir sollen Tana, ne Tamar, doch Tarana finden. Mir wird die Aufgabe allerdings da angezeigt. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir aber eigentlich darüber müssen. Aber wir gucken uns das Ganze natürlich jetzt an, ob der ein oder andere Ort stimmt. Und für alle die, die die ungewöhnlichen Aufgaben noch nicht gemacht haben, ich weiß, es nervt. Also, nochmal, ihr müsst die Tagesaufgaben machen, dann die blauen Aufgaben und dann bekommt ihr auch hier diese Aufgabe. Und ich mache halt alle der Reihe nach und so könnt ihr quasi alles nachmachen. Oh, der Skin hier ist eigentlich auch ganz lustig. Gerade eben bekommen, endlich Level 70 erreicht. So, gucken wir mal gerade, ob Tarana hier ist. Ah, doch, sag ich doch, die ist hier. So, dann müssen wir hier unten links auf Despire drücken. Nicht das andere. Ach, die kaufen sich schon alles raus. Erstmal mehr kaufen, damit ich meinen Feuerbogen weitermachen kann. Zack, annehmen, bevor hier der Dulli uns umbringt. Ich habe nur Fußschritte gesehen. Ups. So, aber ihr habt gesehen, so könnt ihr die Mission machen. Dann werde ich mich gleich an die nächste setzen. Und ich denke mal, die meisten wissen jetzt, wo wir landen müssen. Nämlich bei Bony Burbs. Und da finden wir Tarana. Eine Güte. Und in dem Sinne sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe. Und haut rein. Und da haben wir uns bei Bony Burbs. Und da haben wir uns bei Bony Burbs. Und da haben wir uns bei Bony Burbs. Und da haben wir uns bei Bony Burbs.